Ah, der Film fängt gleich an. Der Film fängt an? Naja, sozusagen. Nix. Das ist nämlich Star Wars, Johannes. Ah. Cool. Ja. Episode 4, Clearscreen, Episode 4, Clearscreen, Episode 4, New Hope, Clearscreen, Clearscreen. Oh, das ist ganz schön geil. Clearscreen. Vor allem steht immer wieder das gleiche da, weil da jetzt dieser scheiß Text kommt und da so ewig durchs Gehäult. Haha. Hilfe. Hilfe. Ja. Das ist der Film. Ja, das ist der Film. It is a period of civil war. Aber immerhin kommt man so dazu, es zu lesen, ne? Ja, kann man in den Film ja nicht. Nö. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Auch in der Original-Termal-Version überhaupt nicht. Na, und der Film nicht? Doch, der Film kommt, aber es dauert halt.